ja hallo hier ist wieder krillo ich herzlich willkommen zurück zu oxygen not included zur perfekten kolonie ja da hat der krillo mal großspurig gesagt hier müssen wir sowieso nicht wieder rein da machen wir mal dicht und da entdecke ich gerade eine defekte pumpe die auch dann wohl die ursache dafür ist warum wir hier kein gas mehr gespeichert haben das hatte mich nämlich in der letzten aufnahme schon irritiert weil ursprünglich war das mal so ja dann korrigieren wir das mal das ding wird zerlegt und aus stahl neu gebaut und dann sollten wir da ruhe haben jetzt kommt sicherlich gleich jemand ich habe mich schon gewundert warum mir so viele materialien zur auswahl angezeigt wurden ist direkt 8 ok dann bauen wir auch direkt weil wir verschenken hier gerade und er geht jetzt gleich in die ruhe phase herzlichen glückwunsch für sehr lange zeit ja da hat der krillo mal wieder was verschenkt gut ist eben so lässt sich nicht mehr rückgängig machen gibt schlimmeres im leben ich kann auf jeden fall jetzt noch mal arbeiten und wir sehen wir es positiv das passiert uns nicht nochmal so der ölbrunnen arbeitet schon sehr gut kann die vielleicht mal alle drei in der priorität so hoch setzen dass sie dann sehr schnell dass der druck sehr schnell abgelassen wird wenn das mal notwendig wird hier würde ich gerne das auch so machen damit erdgras das hier entsteht möglichst nicht hier weg kann sondern wenn es nach oben geht hier nicht mehr rauskommt wobei natürlich sinken kann in zukunft das muss man mal abwarten wenn wir hier nicht noch mehr frei graben ist das schon mal ganz gut dann kann das aber das hier irgendwie abpumpen vielleicht sogar hier oben bin ich mir noch nicht so ganz muss ich gerade so und da graben wir noch mal ein bisschen frei würde ich hier und meine reihe ziegel bauen wo die duplikanten daneben auch bisschen schneller unterwegs sind ändern wir das gleich noch mal hier kommen gitterziegel her und auch hier bauen wir noch mal eine leiter wenn da jemand runter muss so also wie gesagt das hier ist korrigiert aber hier ist jetzt erstmal lange lange zeit ja das war nicht sehr schlau ok so was macht unser sand problem nicht viel von dem sand aufgeräumt worden das sehe ich auch wohl direkt aber auch kein wunder wenn ich wieder tausend aufträge verteilen wenn wir alles von unten aus machen hier schmilzt alle nasen hier läuft auch noch eine ganze zeit ach so wo wir da gerade von sprechen ja es ist schon wieder soweit wir können jetzt auch noch mal ein bisschen vertreten wir können wieder zerlegen machen wir das mal direkt und ja ich habe ja im gestrigen neujahrsvideo angekündigt ich mache so einen kleinen aufnahmen marathon das ist bei mir erst ein paar minuten her ich habe mich aber gerade dafür entschieden nach diesem video erst mal zu stoppen weil ich kann sonst so lange zeit auf kommentare nicht eingehen und wenn es dann eben privat bei mir blöd ist dann gibt es eben mal kein video oder auch im zweiten oder dritten tag kein video dann ist das eben einfach mal so dann lassen wir es wieder schnell laufen aber meistens kriege ich es ja doch irgendwie immerhin okay ist das auch schon mal wieder korrigiert gut der grabe marathon geht auch weiter das können wir so das können wir auch das geht alles so jetzt halt hier fehlen noch ja stimmt das habe ich vergessen das hatte ich mir auch angesehen aber das verschmutzte wasser das hier kam stand hier so lange dass es gefroren ist weil eben wir hier an dieser stelle kein filter material hatten stand das dort sehr lange deswegen müssen wir hier jetzt mal das ist gerade autosafe ok priorität hochsetzen dass das ganze wieder repariert wird und wir sollten vielleicht auch darüber nachdenken ob wir hier die anzahl der radiator rohre wieder verringern hier liegt auch noch jede Menge Eis hier rum hier liegt auch noch jede Menge Eis hier rum so was macht ihr hier jetzt graben oder holt ihr material ne die graben ok dann können wir auch das hier der Rest geht unten kaum noch Sand das belassen wir dann mal dabei ich habe sogar noch den aufräumen befehl für sand hier drin hier ist jetzt alles weg sehr gut also es geht jetzt los mit dem aufräumen das bauen hier ist auch bald fertig dann halte ich mich auch erst mal wieder ein bisschen zurück wer das mit dem sand hier kriegt haben diese hier wurden allerdings immer noch nicht versorgt die frage ist auch ob ich denen überhaupt aufmerksamkeit schenken sollte wenn wir doch so auch hier eine sehr gute sauerstoff versorgung haben die reißen wir alle ab das funktioniert auch ohne so sehr gut hier wird automatisch auf den kann man lassen ok die brauchen wir nur von zeit zu zeit den druck absenken da müssen wir aber beim druck absenken hier berücksichtigen wir haben hier erdgas wir haben hier verschmutzten sauerstoff das müssen wir alles irgendwo sammeln eine idee wäre wir haben hier sowieso ein geschlossenes system wo man sonst nicht hinkommt wir müssen hier aber an vielen wilden stellen graben ob wir hier nicht vielleicht mal jetzt zu arbeiten ohne gar nicht viele eine zwei ich glaube das machen wir mal da habe ich wohl mal drauf hier kommt eine tür rein damit wir das erdgas auch möglichst hier drin halten dafür brauchen wir aber vermutlich doch einen eigenen stromkreislauf er ist voll achso das ist derselbe wie der hier unten ok tatsächlich gleich können wir hier mit nutzen was wir hier mal gerade eben schauen wir könnten doch auch einfach das hier mit dran hängen das trennen ach ich habe die neuen bauaufträge alle auf acht gemacht deswegen sind sie so schnell fertig geworden ich habe mich gerade schon mal gewundert zwischendurch hier natürlich jetzt auch hier soll aber rein eine für die automatisch schließt so wie viel strom braucht das teil 120 watt das ist ja nix dann machen wir das dann machen wir das das kommt da mit ran dann machen wir das das kommt da mit ran dann wir haben die tür hier auch noch so und im moment das sind ja so jetzt schon 1800 watt plus die 960 hier ja doch die laufen schon wieder und die laufen natürlich permanent ne das ist auch nicht nicht gut so wie ich das jetzt geplant habe dann machen wir es lieber so wir haben kein gold können wir aber mit denen nicht besser hier sonst läuft da noch die soppel raus öffnen wir da mal eben dann haben wir wieder gold dann würde ich nämlich diesen kreislauf hier unten dafür nehmen wir mal schauen wie kommen wir hier haben da ist von hier aus das Oh. das ist so können wir noch ein automatik kabel anhängen wollen wir es auch brauchen und die einstellungen können wir in die batterie schon mal rein kopieren sehr schön gold haben wir hier jede menge haben wir erst frei ist auch noch jede menge so dann edeltes metall und 6 auch das bitte einmal komplett aufräumen hier ist natürlich mega heißt das ist mir bewusst doch das gold ist alles andere als kühl aber ich glaube wenn ich mich recht ins sinne ist das nicht das problem und sonst wäre was gleich melden in form von verberührungs meldung auch hier habe ich jetzt wieder alles auf acht gemacht naja dafür ist es wenigstens schnell fertig geworden den was positiv warum ist hier trotzdem kein weil wir gerade nicht genug strom produziert haben okay guten morgen jetzt versuchen wir dann noch mal neue jetzt muss ich noch mal eben schnell schauen das heißt ich will ja auch mal neue kleine habe ich nämlich gar nicht auf dem schirm gehabt was brauchen das überhaupt das eingangs leitung was für ein sauerstoff so klar wir brauchen sauerstoff und brauchen petroleum 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 ist natürlich warum haben wir hier kein verschmutztes wasser der druck strom hier kein wasserstoff mehr in der leitung okay aber warum dann das hamsterrad nicht bewegt kann ja auch einfach eine coole generator mit hin noch besser wäre es wahrscheinlich gewesen wir hätten das ganze auch ans andere stromnetz angeschlossen aber so profi war ich jetzt mal nicht als sauerstoff und petroleum petroleum haben wir wenn ich mich nicht sehr täusche nur hier oben das ist natürlich jetzt eher blöd hier auch nicht in irgendeiner form also zwei möglichkeit jetzt die möglichkeit 1 ist wir bauen hier eine öl raffinerie hin wir ständig bedienen müssten dass da müsste immer jemand hinlaufen das wäre schon mal unpraktisch möglichkeit 2 ist wir legen der petroleum leitung von dort oben hier runter möglichkeit 3 ist wir schaffen jedes mal petroleum manuell darunter machen dann becken hin mit einer pumpe das ist aber auch alles bullshit also mache ich das was ich am besten kann wir bauen eine leitung hervorrangig zur raffinerie ansonsten geht es hier weg ich mache jetzt auch mal keine isolierte leitung hier ist es relativ einfach wenn ich relativ einfach total einfach jetzt müssten wir im grunde hierher kommen oder aber was ja eigentlich viel bessere variante ist wir verlegen diese rohe leitung mal nach hier was ja sinn macht dann verlegen wir ebenfalls die leitung für schmutzte wasser da kommen wir dann die leitung nehmen ja das machen wir mal so hier würde ich jetzt schon mal ein element zerlegen kann nämlich das rohe hier schon mal herlaufen und wenn das bis hier hin leer ist können wir das dort auch einmal zerlegen schließen das hier anschließt hier und dann ist es schon mal fertig was ähnliches kommen wir gleich mit dem verschmutzten wasser machen das kann dann auch stopp das wäre dumm aber wir können das schon so machen ja das wird was also das heißt wir haben dann das petroleum gleich bis ungefähr hier und wir müssen hierher hier wo ist es denn jetzt einfacher lang zu legen hier rum hier hoch ist einfacher als dass wir hier durchkommen und dann machen wir es einmal so und hier wieder runter so so okay so wie schaut es hier aus können wir wir können einmal dort bitte hier 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 dann wieder laufen hier 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 aber können wir schon mal hier verbinden und auch hier verbinden Mal warten, bis das hier abgelaufen ist. Hier oben, ja. Okay, dann können wir in der Zwischenzeit die Leitung hier weiterbauen. Die kommt nämlich dann hier runter. Hier runter. Das schließen wir mal lieber noch nicht an. So. Gut, das war jetzt die eine Seite. Die andere Seite ist die einfache und zwar brauchen wir da auch Sauerstoff. Das ist Wasserstoff. Das heißt, den holen wir uns dann von hier. Das ist ja jetzt auch nicht die Riesenmengen, die da gebraucht werden. Das hatten wir hier. Ah, weiß schon. Da stammt ein Generator, der aber nicht mehr gebraucht wird. Ich glaube, das hier machen wir parallel zu der anderen Geschichte. Da wo wir die Flüssigkeit lang legen. Gleich weiter. Wenn der Rest da zerlegt ist, dann legen wir auch den Sauerstoff lang. Und weil ich das jetzt gemacht habe, sehe ich gerade, wir brauchen da zwei Hilfsleitern. Sonst kommen wir nicht überall ran. So, da brauchen wir natürlich noch auch einen Jetanzug. Da muss ich gleich mal schauen, ob wir den dann überhaupt schon herstellen können. Nicht, dass ich das alles jetzt umsonst gemacht habe. Das wäre sehr... ...patal. Und dumm. So, beschleunigen können wir das wahrscheinlich, wenn wir hier nochmal ein bisschen parallel entleeren. Und dann müssen wir mal zur Schutzanzugschmiede und wollen einen Jetanzug herstellen. 25 Kilogramm Petroleum. Okay. Das kriegen wir ja hin. Dafür brauchen wir... Hier ein kleines Becken. Ob den Auslauf... ...bauen wir mal lieber noch nicht. So, weil sonst verinnere ich mich, die Suppe gleich direkt anzulaufen. Dann wischen wir das raus. Ja. Das ist auch eigentlich Quatsch. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir hier permanent Petroleum brauchen, sondern wir brauchen hier gleich mal ein bisschen. Das lassen wir da raus. Da wird schon wieder fleißig geböllert. Wir können es alle nicht abwarten. Okay. Wir kommen gleich dahin zurück. Auch noch mal eben hier. Sehr gut. Gut. Können wir... So machen. Okay. Da ran. Geht... Auch nur so. Sonst kommen wir auch da nicht dran. Aber dann haben wir das gleich. Bei... Fähigkeit, Sauerstoff... Kann dort überall gebaut werden. Hier müssen wir... ...nicht mehr warten. Okay. Sehr schön. Dann können wir das dort ebenfalls zerlegen. Das verbinden. Und... Genau. Die Suppe läuft wieder. Danke. Können wir auch hier verbinden. Müssen... ...die Brücke hier... ...noch einmal drehen. Ist das natürlich notwendig, die zu zerlegen. Wie sind das da? Hm. So. Und dann... Wie sind auch das erst mal versorgt? So. Jetzt kommen wir hier nochmal her. Aufgewischt ist hier. Sehr schön. Bauen wir jetzt hier. Kurz einen Auslauf rein. Nicht für lange, aber dass wir hier so ein paar Liter rein kippen. Im Bau. Da geht's schon los. Dann müssen wir auch irgendwann gleich mal zum Ende kommen. So. Jetzt läuft auch hier. Petroleum. Perfekt. So. Ich denke, das sollte schon reichen eigentlich. Ja. Das reicht auf jeden Fall. Jetzt zerlegen wir das Ganze wieder. So. Dann gibt's hier jetzt eine Handpumpe, damit wir da wieder rankommen. Und hier oberhalb gibt es so ein kleines Dach, damit nicht irgendwas von hier oben da unten reintropft. Und jetzt, wenn wir uns nochmal anschauen, das Ding hier können wir eine Jetanzug aus Stahl bauen. Aus Stahl und Petroleum. Hier liegt uns jetzt quasi alles an, was wir brauchen. Sauerstoff, Petroleum. Wir müssen nur noch warten, dass der Schutzanzug gebaut wird. Ich vermute mal, das wird so ganz lange auch nicht dauern. Stahl haben wir. Petroleum haben wir. Muss nur noch herangeschafft werden. Da kommt schon was. Jetzt ist beides da und es geht direkt los. Oh, das geht aber schnell. Kerstin. Meister am Werk. So, da liegt unser Jetanzug. Da müssen wir jetzt den hier unten gleich anliefern. Vorher sollten wir aber das hier dicht machen. Sonst könnten wir natürlich auch mit unserem Anzug hier weg und das wollen wir ja nicht. Wir müssen natürlich auch hier Druck ablassen und so. Das muss dann alles mit dem Jetanzug passieren. Aber finde ich es eben mal so. Es kann ja auch mal eine sehr interessante Abwechslung sein. So, fertig. Dann können wir jetzt den Anzug liefern. Und ja, die ersten Aufträge sind hier schon da. Dann kann es also direkt losgehen. Und der Druck ist auch nicht mehr so ganz weit von 75 Prozent entfernt. Schön, schön, da ist er schon, unser Jetanzug. Jetzt kann ich es nicht abwarten, dass jemand kommt. Machen wir das doch mal ein bisschen wichtiger. Dann geht es schneller. Dann hätten wir einen zweiten bauen können. Aber das können wir ja noch relativ einfach ergänzen, das Ganze. Kein Strom, okay. Das Problem könnte uns jetzt noch häufiger begegnen. Na. Da haut sich niemand so recht. Die wollen wahrscheinlich alle, dass ich das erst im nächsten Video zeige. Okay. Na ja, aber Moment. Durch die Tür können wir durch. Wir können den Jetanzug benutzen. Und die Kontrollstelle passt auch. Aber warum ist denn das hier nach wie vor ein unerreichbarer Grabeort? Da kommt jemand. Aber dann testen wir mal eben, kannst du? Na doch, jetzt geht's. Nö. Ach. Ich glaube. Ich habe das Problem erkannt. Du gehst erstmal zurück, weil du keinen Schutzanzug mehr hast. Ja, du verbrüßt dich gerade. Ich weiß. Wir müssen hier vorher noch eine Möglichkeit schaffen, dass sie den Schutzanzug wieder ausziehen können. Weil jetzt passiert hier folgendes. Die wollen da rein und verlieren ihren anderen Schutzanzug. Okay. Ja, da müssen wir dann auf jeden Fall, das ist jetzt nicht sehr clever, die Tür abzuschließen und das aufbauen. Da müssen wir im nächsten Video nochmal ran, weil wir müssen davor erst noch eine Möglichkeit schaffen, den Schutzanzug auszuziehen. Aber das kriegen wir alles hin. Aber ja, wie gesagt, nicht mehr heute. Ähm. Ja, ich hoffe, es hat euch dann gefallen, trotz dieses logischen Fehlers, den ich begangen habe. Begangen habe? Begangen habe. Und ja, lasst mir trotzdem gerne ein Like da und ja, macht's gut. Bis bald. Euer Krillo. Ich bin froh. 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 Vielen Dank.